Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt, aber wie ihr seht, Square Enix, der Name verspricht viel. Ich hoffe, dass sie es halten. An dieser Stelle wäre wahrscheinlich sonst keine Musik. Scherz ich mal. 114. Eigentlich ein ganz süßes Haus. Oh, okay. Oh, okay. What is this planet? I don't know. We've never been here before. Maybe we're on the edge of the universe. Hey, cool. Let's see if we can find some aliens. Hey, the ground is moving. The planet's gonna eat us. We have to get back to the ship right now. Then let's get the heck out of here. Oh, no. The control panel's not working. We're stuck in the middle of nowhere. Hold on. Let me just give you a hand. We're stuck in the middle of nowhere. We're stuck in the middle of nowhere. Okay, interessant. Das ist Timmy, will ich gelesen haben. Ich will einen coolen Kostüm für Captain Spirit. Ich muss einen coolen Kostüm haben, um zu fliegen. Gut, dass ich einen habe. Maske oder keine Maske? Secret Identität oder nicht? Wollen wir eine Maske oder nicht? Wollen wir eine Maske oder wollen wir keine Maske? Hm, gute Frage. Also ich persönlich bin für eine Maske. Hm? Hm. Hm. Ah, ich würde sagen, wir nehmen eine Maske. Maske. Hm. Hm. Rüstung macht uns beweglich. Schwere Rüstung schützt uns vor starken Angriffen. Hm. Hm. Ich würde schon... Also wenn ich Spider-Man nehme, dann wäre es eher leichte Rüstung. Wenn ich jetzt eher Richtung Superman und so weiter gehe, auch leichte Rüstung. Iron Man und so wäre natürlich schwere Rüstung. Hm. Hm. Sind wir eher Iron Man oder sind wir eher Spider-Man? Hm. Kinder sind eher Spider-Man. Ich würde sagen, Superman, Spider-Man, leichte Rüstung. So cool. Should he be dark or colorful? Hm. Batman? Oder Superman? Hm. Hm. Ich mag schon eher dunkel, dann werden wir auch nachts schwerer gesehen von den ganzen Böse. Von daher würde ich sagen... eher dunkel. Hm. Ich würde aber sagen... Ich bleibe. Ninja? Hat der auf den Drachen gefurrt? Beware, Mantroid! Schau. Captain Spirit ist bereit für die Krieg. Rot-Schwarz ist ne gute Mischung. Ränkisch. Find ich sehr gut. Ja. Und schon haben wir die Geschichte groß. Ja. Und schon haben wir die Geschichte groß. Ja. 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 Da kommt der Scharkstinger. oh the shark stinger is looking for victims look out here comes the evil car that pedestrian better get out of the way that was your last ride shark stinger yes captain spirit saved us you'll never run over anybody again okay that's it who's gonna fix that last month yep only my brain waves connect to a bit the monitor okay well this is a first i didn't have to tell you twice my food smell good but you know how to work the ref i think the eggs turned out all right salt is a secret uh you let me know okay pour yourself some milk okay milk mission accomplished breakfast of champions what did you expect a waffle it's good oh you can lie better than that dad i'm not lying it's just the eggs are good listen buddy you won't hurt my feelings if you don't love my eggs i know this doesn't compare to your mother's breakfast you know what i'm gonna watch some cooking shows and learn how to be a super breakfast chef and you could be my official food taster deal yeah okay okay ja dann hau den an die weiter hmm hmm und von jenny würde ich sagen ich finde alkoholkonsum vor den kindern sollte man jetzt nicht egal in welchem zustand man ist auch man trauert ich schätze mal ertrauert würde ich jetzt mal sagen und dem was man bis jetzt mitgekriegt haben muss nicht sein also so viel anstand sollte man haben und man sollte es auch und meiner Meinung nach jetzt nicht in streams oder so und das muss ich mal ein bierchen gönnt aber das ist am frühen morgen das geht irgendwie gar nicht you're drinking beer before you eat yeah it's game day dads are allowed to drink early natürlich hey i don't need a lecture for my son thanks i don't drink that much nein da lagen nur vier fünf dosen da hinten rum hm er drink nicht viel hey what am i supposed to do in this fucking town go to church like all these assholes sorry don't swear okay i don't superheroes don't swear looks like i'm off the team nah nah you're cool you're cool like a rebel hey is your uh your arm okay looks better anybody yeah ask you about it or uh say anything at all es ist okay wir wollen es nicht eskalieren lassen der es alkoholisiert bevor da irgendwas passiert würde ich sagen 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 wir mal ah schwierig aber wenn wir jetzt irgendwas sagen es tut irgendwie weh dann kann es wieder eskalieren und mit alkoholikern sollte man echt vorsichtig umgehen no it's fine i worked it out i i just wanna make sure you're okay buddy buddy von schönes bier rein da könnte ich schon so so you must be excited for christmas auf jeden Fall oh yeah are you excited too i don't know santa probably put me on his naughty list this year huh nah santa says you still got a present what do you want whatever makes you happy chris that's the best gift ever er bemüht sich das merkt man schon irgendwie so so mhm hm 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 Geh an deinen Wochenende anzusehen. Es ist ein perfektes Wetter für dich, um zu spielen. Alles klar. Du bist frei. Komm, grab mich später. Das macht, sowas macht mich traurig. Das liegt aber auch daran, dass ich da ein bisschen, wie bekannt mag bin, wie man sie schon sagt. Wir werden auf jeden Fall nirgends wo hinfahren, das ist schon mal sicher. Okay, was würde Captain Spirit tun? Super Aufgabenliste. Erstellen. Vielleicht finde ich, was ich brauche in der Nähe. Irgendwo begraben. Ich muss eine Teile der Karte zusammenfügen. Nebeschwörer. Nur ich kann ihn aufhalten. Mit diesen gefährlichen Bierdosen. Das machen wir. Okay, cool. Ich kann mich dieses Mal nicht vom Wasserflasen befestiegen lassen. Ich werde im Endeffekt versteckt nachher auf dem Planeten. Mit meinem kompletten Anzug könnte ich meine Raumschiff benutzen und nicht finden. Okay. Wir machen erstmal sauber. Wir sind super und brav. Wir machen. Alles warten. Oh Mann. Das ist kalt. Ich muss den Wasserflasen anschauen. Nein. Wollen wir ja nicht, aber muss sein. Aber einer muss sich um den Haushalt zu machen. Das ist zwar echt traurig, dass der Vater es nicht auf die Reihe bringt. Ich meine... Keine Ahnung, was da los ist. Wo es los war. Kann man bestimmt noch rausfinden. Aber... 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 Ich könnte es... Smutzige Wäsche in die Waschmaschine. Wir machen es nicht. Jetzt lehrt ihr eure Übungen und bleib dir clean. Dad will noch keine Weihnachtsmann-Dekorationen aufsetzen. Das macht sie alle. Verstehe ich. Je nachdem, was vorgefallen ist. Absolut verständlich, aber... Ich hoffe, dass ich das richtig setze. Ich würde sagen... Man muss, wenn man Kinder hat... Man darf trauern. Kein Thema. Okay. Wenn du Kinder hast... Du darfst trauern. Kein Thema. Aber... Du... Muss... Funktionieren. Kommt kein Weg dran vorbei. Ich wünschte, dass ich auf einem Haken mit der Mutter gehe. Das muss sein Mutter. Sie mag Kunst. Okay. Das ist halt das Traurige, wenn du... Wenn du Familie hast. Du hast halt andere Funktionen. Ich wundere, warum der Vater nicht mehr mit Nick hangt. Aber... Sorry, Pop. Es ist Krieg. Okay. Wenn wir jetzt auf ihn schießen, werden wir aber wahrscheinlich geprotzt. Hm. Ich muss das ausprobieren. Wir können doch mal entscheiden, ob wir auf ihn schießen müssen. Ich bin hier bei der Ocke. Papas Zimmer. Hm. Interview. Oh. Ist das eine Apfelsaft? Nein, das ist keine Apfelsaft. WELCOME TO WHERO. WELCOME TO WHERO. TODAY WE ARE HONRED TO HAVE AN INTERVIEW WITH THE WORLD'S MOST AWESOME SUPERHERO, CAPTAIN SPIRIT. HELLO BEAVER CREEK. CAPTAIN SPIRIT, WHEN DO YOU THINK YOU WILL DEFEAT MANTROID? MANTROID IS A BULLY AND A COWARD. HE CAN'T HIDE, BUT HE CAN RUN. Wir haben die Nachrichten gehört, dass er ein Team von Super-Villänen zusammenbaut. Hast du einen Messag für sie? Mein Messag ist, dass Mantroid nie gewinnt wird. Und ich werde dich finden und ich werde dich kratzen. Ja, das ist das, was diese Stadt hört. Das ist mein Job. Und das ist, warum wir dich lieben. Kannst du uns erzählen, wer deine Super-Heroes sind? Meine Eltern sind meine größte Heros. Ich glaube, sie sind glücklich zu hören. Kannst du uns ein Hint über, wie du herausfunden hast? Nein. Okay, hast du noch weitere Worte für deine Zuschauer? Sei nett und immer für die gute Team. Danke, Captain Spirit, für unsere Heros. Und jetzt zurück zu W-H-E-R-O-News. Rommelberg, Servus. Das macht mich jetzt schon irgendwie traurig, das Spiel. Ich weiß auch nicht. Ich meine, der Verlust seines Elterns und so weiter. W-H-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R-E-R. Nichts. Danke. Danke. timelic. Wenn du das Ziel hast. Naja... Warum nicht? Jeder braucht ein Ziel im Leben. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass wir das machen müssen, aber wenn du das Ziel hast, dann ja. Ah, der Spirit-Umhang. Okay, dann müssen wir Captain Spirit werden, dass wir das Ding anziehen können. Hey Spider Baby, ich glaube, du hast dein Essen in deinem Web und es ist so schnell, dass er in einem Ort ist. Ich habe mit meinen Freunden gespielt, bevor wir geblieben sind. Ah, okay. Umgezogen. Das ist. Das ist Chris in der Flugzeugforschung. Komm in, komm in. Roger, ich bin hier. Ich hoffe so, Sky Pirate. Was sehen Sie da oben? Habt ihr einen Snowmancer gesehen? Nicht noch. Es ist hart, weil der Sturm. Das ist perfekt für einen Snowmancer-Sneak-Attack. Eich scharf. Bleib mich fest. Ja, Herr. Roger das. Danke, Sky Pirate. Über und aus. Also er ist ziemlich alleine, der Kleine. Das ist traurig. Hm. Es ist der perfekte Tag, um Frozen zu sehen. Das letzte Mal hat mein Vater gesagt, nicht so laut zu singen. Verdammt. Warum trinkt er das, wenn es ihn nur verrückt macht? Ja. Endlich alle Sammler auf 90. GG. Telefon. Hey, kannst du das holen? Ja, wenn ich es finde. Wo ist es? Ah, da. Uh, hello? Good morning, Sir. How are you this glorious day? Um, okay. Hey, who is that? Who keeps calling? I don't know. Uh, who is this? Thank you for asking, young man. My name is Derek, and I'm a proud member of the Universal Uprising Church. I'd love to tell you and your family about Jesus, our righteous Lord and Savior. Our church just wants you and your loved ones to share the Holy Spirit. Spirit? Um, we're just watching the game. Well, always remember that our Lord is watching out for you. By the way, is your mother or father available to speak? Well, I have to ask first. Chris, who the hell are you talking to? Nobody, Dad. Jesus is... Chris, these are the most important numbers for you on this list. Oh, yeah. Haha. Cool story, Dad. Dad's iPhone. Okay. 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 We'll have to have to go next. Alex, how's it going? We'll never use this door in winter because of the snow. We'll never use this door in winter. Because of the snow. Oh, okay. No, no, no! 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 I'm going to go from that piece of shit! Oh, okay. und wir sind noch wir daraus wir gehen raus hier drinnen ich schaue das außen um ist wahrscheinlich besser was im hock los der vater mit der whiskyflasche daheim das brauchen wir jetzt nicht unbedingt okay dann machen wir mal uns selbstständig auf dem weg und machen wir uns vor allem unser baumhaus ja bleib du bei der whiskyflasche ich habe bis jetzt noch keine gute meinung verfordert man ja er ist durchaus gemüht bestimmt absprechen aber so wie er sich fällt auch mal hübsch was man alles nicht mit bitos machen kann man kann ein schneemann reparieren dad won't fix the swing because it's too dangerous to fix die ganze zeit bier und whisky in den kopf schütten würde dann wäre es echt zu gefährlich wenn er das repariert mein baumhaus geht mir keiner auf den sack ich kann es nicht mit dem kopf schütten würde dann ich kann es nicht mit dem kopf schütten würde dann ok skypirate what's the situation since your last report did the storm cause any damage no captain the magnet field protected us from any harm we're lucky to have you keep up your good work dad keeps telling me this is a girl's doll so what she's the ice queen das ist egal wenn ein kind damit spielen würde dann lass es doch einfach das ist nicht der son er sieht wie sein Vater ich würde gerne irgendwas ich würde gerne irgendwas wahrscheinlich wäre hier auch lizenzierte musik gewesen plötzlich mal das gefällt mir gar nicht diese stimmung die sich hier gerade verbreitet wird traurigkeit diese einsamkeit diese ein stück weit hilflosigkeit ja ok ja ja das ist super danke dafür der vater steigt immer mehr auf meiner lieblingsliste das ist es ist nicht schädlich sich da irgendwie hilfe zu suchen und leute um hilfe zu kriegen wenn man alleine über voll ist gott verdammt scheiße dann kriegen das menschen einfach in ihren dick schädel rein dass das nicht das ist nicht schädlich ich kann mich nicht erwarten ich kann mich nicht erwarten um einen realen pünnchen zu bekommen ich kann mich nicht erwarten um einen realen pünnchen zu bekommen wenn man nicht mehr auf der anderen Seite ist das ist nicht ein schädlich zu sorgen das ist nicht so gut okay es ist nicht so gut es ist nicht so gut es ist nicht so gut Es ist nicht sicher da draußen. Ja, Dad, ich weiß. Das ist nicht sicher, das Haus. Ja. Ja. Gut. Schauen, ob wir uns hier... das Team machen können. Wie dumm bist du? Wie kannst du hier nicht spielen? Wir sind hier! Schau, Supervillains! Heute mache ich mein eigenes Superhero-Kostüm. Okay. Dann... lassen wir schon mal gucken, wo wir... Sachen herkriegen. Das haben wir schon. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. Wir haben auf jeden Fall... was gibt's da? Locked. Okay. Okay. Jetzt mal irgendwas... um seine Graue zu befiegen. Oh, ich könnte das nutzen, um etwas cooles Armour zu machen. Na dann. Oh, ich könnte das nutzen, um etwas cooles Armour zu machen. Ja, dann nimmst du. Ja. Sie sind nackig? Wow. Okay. Ja, braucht man auch, ne? Schau! Das ist viel zu hoch, um mich zu erreichen. Das kriegen wir hin. Mein Vater ist eh... Vater kommt mir hin. Dad war so angry at the police. Der Kapitän Lee. Der Kapitän Lee. Since you have not answered my call or emails, I'm sending this letter as more proof that I have been more diligent about the case, that you are the police department. It's your duty to keep the citizens and taxpayers safe. I hope to hear back soon or you will be hearing from me. Since Lee. Peter Meyer heißt. I remember Daddy yelling on the phone a lot. Mr. Charles Erickson. Hmm. Arthur, I appreciate what you have gone through the past years. I'm afraid that I'm exhausted with all my resources in regard to these difficult investigations. If you wish to discuss the matter without another angry message, I will always be able to talk. In respect to your case, I'm only invoicing you for one month's work. Okay. In the private eyes. Jeez. Dad wrote a lot of letters. Mr. Erickson. We regret to inform you that the street's violence data is not available for Asteroid Drive and Mantle Street, nor to the general public, unless accompanied by an official state or federal investigation. So we cannot have it with your inquiry. We hope the local Oregon law enforcement will assist you further. Okay. Also egal was wir gemacht haben oder was war. hat keinen Menschen über das nicht interessiert und sie haben sich irgendwie ausgeredet. Okay. Mom and dad would always let me sleep with them whenever I got scared. Okay. I'm glad dad kept on perfume smells just like her. I hope I can go practice with dad again this summer. Ja, oder er trainiert mit unserem Schädel damit, ne? Oh, 4-3. Oh. Oh. The mystery of the secret key is solved. Now they need me on the moment. Yes! Oh. Oh, I don't think. I know this drawing sucks, but it's cool that dad put it here. Yeah. Er kann was. Ich sag ja nicht, dass es ein schlechter Fall ist, aber so wie jetzt das gehen lässt. Scheiße. I'd never seen dad get that mad. It really scares me. Mhm. Ah. Hallo? Wird aber nicht angezeigt. Danke. Wer auch immer, was auch immer. Danke dafür. Danke. Aber Twitch sagt mir gerade nicht, wer es war. Tut mir leid. Aber mach's dir gemütlich. Setz dich hin. Und... Playtime all the time. Willkommen bei WON an der Stelle. Wir sind viele hier. Also ich bin nicht alleine hier. Mehrere Streamer. Und streamen für WON immer an unterschiedlichen Tagen. Freitags siehst du eigentlich zu, kann ich mal sagen, fast 100% mich. Und unter der Woche haben wir noch andere Kollegen wie... MJ. Barbie. The Big Smoke is da. Der... Barlehrer. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt wieder heißt. Bin mir leid dafür. Dude. The freaking key should be inside the house. Dude. The freaking key should be inside the house. Ja. Ja, da ist ein Inventar. Dude. The freaking key should be inside the house. Was? Hä? Ich hab doch einen Schlüssel. Wie komm ich da ran? Moment. Entschuldigung. Steuerung. So. Laufen. Ausbruch hoch. Ausbruch runter. Kraft aktivieren. Mit E. Okay, dann versuchen wir mal. R oder F. Ansonsten... Keine Ahnung. Was ist dann diese Schlüssellichtung? Hier. Räumen wir mal Schnee. Vielleicht haben wir ein bisschen... Glück und finden irgendwas. Ich dachte eigentlich... Was ist das irgendwas? Ich dachte eigentlich... Was ist das irgendwas? Nicht wirklich. Wollen wir mal gucken... Was dieser Schlüssel... Ich dachte es wird... was? Hh. Ha, da ist der Garagenschüssel. Jetzt kommen wir da rein. und sich alles an wir gehen noch mal raus so jetzt kommen wir rein ins andere universum das super hier sieht super aus kombination schloss Wenn mein Vater benutzt, möchte er mich rausnehmen. Mhm. Interessant. Okay. Mom und Dad haben immer darüber gesprochen, wie sie in der Schule waren. Die Nachbarn sehen und die Artisten. Es war lustig, meine Mom mit meiner Kindergarten-Teacher zu haben. Aber es ist Spaß. Okay. Meine erste Bildung. Sieht so klein und wunderschön. Vielleicht bin ich ein älteres Baby. Ja, ja, ja. Denken Kinder öfter, wenn sie so etwas schnell sehen, wahrscheinlich. Das ist, wo meine Mom nach Schule ging, bevor wir hier kamen. Die DM ist Emily Eriksson. Als Präsidentin der Blackwell Academy möchte ich persönlich ausrufen und danke dir, für Ihre Unterstützung von unserer Art-Programm. Für unsere Bestie-School. Wir lieben Ihnen Ihre Arbeit. mit der langen Liste von anderen Elimini. Wir haben alle fonden Erinnerungen von Ihnen hier. Danke für uns zu denken. Wir wünschen Sie uns. und kommen mit uns auf den Campus zu sehen und sehen, wie Ihre Kontrapartiert ist. your dream alive okay I'm gonna go to art school because of me but she was already an amazing artist we received your letter of withdrawal and resignation and first want to let you on your forthcoming child while we are truly happy for you and your family you're also selfishly sorry to lose one of our most promising students and artists your unique and witty illustrations have been well received on campus and the school paper so we expect to see more of your work with us and others hopefully when you're ready you will consider coming back to Eugene state finish your art degree and further inspire us if you have any questions please contact us okay the attack was a 2006 oh wow I remember when mom drew that and dad couldn't stop laughing good night good night handsome I got cold again I told you eat more fruits yeah yeah I don't get this one I'm too young oh I can even paint my costume once I make it not cool okay here still diga code and when we can actually have a problem for all the time I have a problem we have only our haben wir die Chance, wenn wir mit ihm reden, dass wir die Sachen bekommen, weil er ist ja gerade vielleicht gut drauf. Keine Ahnung. Dad, are you sleeping? Hey, wake up. Dad, come on. Huh? What? Who's there? Who's that? Dad, it's just me, Chris. Whoa, whoa. Hold on, buddy, okay? Jesus. Dad! Fuck! Dad, are you okay? Do I look okay? No. I tripped. Can't even watch one goddamn game. What a bomb. That's just great. Oh, I think I sprained my foot. Shit. Chris, why did you wake me up? You told me to wake you up. I thought, I thought you said the pine tree. Pine tree? I can't even walk in my own house, man. You should be careful when you're, you know, when you wake up. Don't be a smartass, Chris. I'm not in the mood right now. Yeah, Dad. Okay. Jesus Christ, who is that? Go answer. If it's some salesperson or some church group, you just close the door on them. It's nobody's business. This is our castle. And it's our family. Right? Right. Hi Chris, how are you? Good, Mrs. Reynolds. Just, just, just? Just doing homework, you know? On a Saturday? Yeah. I didn't know you were such a good student. Teachers must love you. I even saw you clearing the snow out of the front porch, so I hope you don't work all day. Actually, I was going for a nice walk and I thought I heard a loud noise over here. Is everything okay? Totally. He and my dad were just decorating the tree and I tripped over the lights and the tree almost crashed on me. But Dad caught it and he fell, so, so... Gee, that's some story. Is everybody all right? Yeah. Must have been quite a scare. Whoa, those look like nasty bruises. What happened? What happened? Oh, just goofing around with some friends. Oh? Who? Some kids at school. Well, be careful. And if anybody bullies you, you can always tell me. You understand? Um, okay. Thanks. I do have to go. All right, honey. I'll check back with you later. Okay? Um, no. Me and Dad are going shopping. You're a good son, Chris. Listen, Chris. I'm only steps away from your house. If you ever feel scared, you can come visit us anytime, day or night. Understand? We're here for you. Okay. Sure. Thanks. Thanks. Thanks, Claire. I promise, I'll see you later. Oh, my, oh, my. I really like these games, but this story, it's really new. So what did that nosy bitch want? Nothing. Oh, nothing, huh? I was listening. I heard it all. You could have gotten rid of her. I tried. Oh, you wanted to tell her that I gave you little bruises, huh? No, I didn't say anything. I swear. No, you want to blame me for everything? Is that what you want, huh? Dad, please believe me. Jesus, stop that whining. You're not a baby anymore. Oh, boo-hoo, Daddy. Believe me. Grow up. But I... You're just, just like your mom. Every time I look at you, I tell you, you talk. Stop it. Just, just... I see your face. Why? And if it wasn't for you, she would have never taken the car that day. Ja, klar. Alter. Halt einfach die Schnauze. Oh, hey, Chris, look. Hey, I didn't mean that, buddy. Yes. Yes, you did. No, listen, Chris. Oh, halt doch einfach die Schnauze. Sorry. So ein Dummpatz von... Vater. So ein arrogantes Arschloch. Wie bescheuert muss man sein, dass man die Schuld seinem Kind zuschiebt. Wie generalbehindert. Es war klar, dass irgendwas passiert. Es war klar, dass irgendwas passiert. Was war das? Was ist das? Was ist das? Irgendwas geschrieben von zwei Stunden? Okay, 1,20. Aber leckt mich am Arsch. Also das werde ich auf jeden Fall weiterspielen, wenn es da ist. Oder ist es da? Ich habe keine Ahnung, aber wir werden es auf jeden Fall weiterverfolgen, weil ich kriege da mittelschwer, mittelschwere Aggressionen. Der Vater, der geht mir auf jeden Fall tierisch auf und sagt, geht schon. Aber ich bilde mir einen, die haben irgendwas geschrieben von zwei Stunden. Wenn ich jetzt mal eine Stunde sehe, dann muss ich sagen, okay. Das Spiel an sich ist wirklich geil. Aber... Ich bin auf jeden Fall gespannt auf den Gesamtinhalt. Mein Vater möchte ich einfach nur, oder möchte ich ins Schlafzug gehen, den Baseballschläger nehmen und ihn einfach direkt... Und dann einfach rüber zur Nachbarin. So. Davor hat er das alles irgendwie aussehen lassen, als wäre er wieder über seine Whiskyflasche gestirbt oder was auch immer. Was er einfach nur das Maul aufmacht und sein Kind Vorwürfe macht über den Tod der Mutter. Geht mir nicht in den Kopf, tut mir leid. So was kann man nicht bringen, egal was los ist. Egal wie schlecht man drauf ist oder egal wie tief man irgendwie in irgendwas drin steckt. Ne. Das ist ein No-Go. Aber sowas von. Bei aller Liebe. Aber ist das leider die bittere Realität. Das ist wirklich leider die bittere Realität. Oh man. So. Aber da das Spiel jetzt schon so schnell rum ist, was mache ich noch mit euch, ne? Was ist hier denn so lust? Was wollt ihr denn machen? Das ist die Frage, alle Fragen. Wir haben Minecraft, wir haben Final Fantasy, wir haben The Forest, wir haben Sons of the Forest alleine. Könnte man auch machen. Wobei wir das morgen dann mit Coffee eigentlich spielen. Deswegen möchte ich das eigentlich nicht so unbedingt. Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Können wir gleich gucken. Weiß ich kann gleich gucken, aber ich möchte erstmal die Grades durchlaufen lassen. So viel Anstand muss man haben. Weil das ist schon, also es ist wirklich sehr gut gemacht. Hut ab. Finde ich sehr gelungen. Aber. Ich dachte, bei dem Vater da. Ne. Ne. Den möchte ich einfach nur stopfen. Den hab ich fressen. Und Alkoholkonsum vor Kindern. Wie gesagt. Finde ich. Man kann mal was trinken, ne? Also wenn wir jetzt unter. Hey Jackie. Wenn man mal mit den Kindern unterwegs ist, ne? In der Wirtschaft oder so. Und sich da mal was gönnt. Frage ich nichts dazu, wenn man sich da mal ein Bier gönnt. Aber. Aber. Gott verdammt. Man kann doch nicht. Äh. Nein. Das geht einfach gar nicht. Das geht absolut nicht. Wenn du Kinder hast, hast du Verantwortung und dann musst du halt auch zurückstecken können. Das ist einfach so. Das klingt hart und grausam und irgendwie. Keine Ahnung nach Verzicht. Aber. Du musst gar nicht so eigentlich verzichten. Weil du hast halt ein paar mehr Regeln. Du hast halt eine Vorbildfunktion. Du kannst einfach nehmen mit Gewalt und Alkohol und Aggressionen reagieren. Das geht nicht. Ne? Geht gar nicht. Oh man. So. Egal was wir machen. Ich gehe auf jeden Fall mal kurz in die Luft. Ich glaube ich brauche da mal kurz einen Schnabber. Weil sonst. Mein Alkoholkonsum ist das eine. Aber was. Nein. Das ist Hass. Das ist. Ich habe jetzt gerade richtigen irgendwie. Also Hass ist ein starkes Wort. Aber ja. Da habe ich einen Hass auf den Vater. Das geht gar nicht. Auf jeden Fall da habe ich gerade keinen Hass. Und Hass sollte man einfach zu hoch von sich geben. Weil das ist ein Wort. Das ist hart. Das ist stark. Das ist schwer. Das sollte man eigentlich nicht tun. Aber. Ja. Ja. Irgendwie. Ja. Kann ich es nicht anders formulieren. Das ist nicht. Ich mag ihn nicht. Oder sonst was. Aber das was er getan hat. Wie er sich aufgeführt hat. Wie er sich liebt. Wie er sich gehen lässt. In seiner Verantwortung. Geht nicht. Und soll sich Hilfe suchen. Dass das Kind bei der Nachbarin ist. Ja. Die hat es ja angeboten. Und dann kann er wirklich auch mal trauern. Kein Thema. Sag keiner was. Das ist ganz normal. Das muss auch sein. Er muss trauern dürfen. Aber. Soll es sich deinem Kind gegenüber nicht so wie ein richtig riesen Arschloch. Und das tut er. Das hat er getan. Das geht halt boah nicht. Tut mir leid. Egal wie schlecht ich drauf bin. Egal wie mies es mir geht. Dann kann ich versuchen mit meinem Kind zu reden. Und es zu erklären. Aber nicht. Versuchen. Das geht nicht. Ja deswegen zwei Stunden. Mhm. Weil die Credits alleine schon. Keine Ahnung. Fast eine halbe Stunde laufen. Ich meine das sind sie. Sehr egal. Sollte man schon tolerieren. Aber trotzdem. Wir werden auf jeden Fall das Spiel weiter verfolgen. Definitiv. Das hat mich getriggert. Und die anderen Games wo ihr vorgeschlagen habt. Werde ich mir auf jeden Fall auch angucken. Town of Light. Klar. Hellblade. Das ist. Definitiv. Was. Was wir auf jeden Fall verfolgen werden. Aber wie gesagt. Lassen wir noch ein bisschen Zeit rüber gehen. Weil Hellblade hat Larry erst durchgezockt. Wir haben ja beim letzten Stream Clash haben wir Sea of Solitude gezockt. Da ging es ja auch um Depressionen. Und Mobbing und alles mögliche. Und da waren Teile im Spiel dabei. Wow. Die haben. Die haben richtig getriggert. Das war ein relativ einfaches Indie Games. Soll ich jetzt mal. Aber die haben die Message so geil rübergebracht. Also da waren auch Leute dabei die gesagt haben. Sorry. Ich habe es auch gesagt. Hey. Wenn euch das zu viel das Thema. Ne. Seid so nett. Schaltet raus. Und selbst mir war. Eine Stelle. Wirklich. Fast so viel. Aber ich bin froh. Dass es danach nicht ganz so heftig war. Weil das Game. Das war schon. Wow. Aber ich mag solche Spiele. Hmm. Okay. Ja. Japanisch würde mich auch interessieren. Ich glaube auf Japanisch kommt es nochmal ein bisschen geiler rüber. Die japanischen Voice-Actor, die haben es einfach drauf. Die ganzen Stimmungen sprachlich so gut rüber zu bringen. In ihrer Betonungsart. Deswegen gucke ich auch sehr gerne japanische Anime. Also japanisch wirklich im Originaltitel. Einfach weil es wirklich im vergleichbaren deutschsprachigen Raum gibt es glaube ich kaum. Kaum Synchronsprecher, die da wirklich was so rüberbringen. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie nichts auf dem Kasten haben. Sie haben schon was auf dem Kasten. Aber sie triggern mich nicht so. Da kommt nicht das rüber, was ich bei den japanischen Sprechern habe. Ja. Na gut. Ja. Ja. Da sind viele Leute beteiligt. Da bin ich klar, dass sie eine große Firma. Da kann man drüber reden. Aber. Ja. Da sind sehr viele, sehr viele Möglichkeiten. Unreal Engine 4. Da ist nicht so ein bisschen. Ab. Ja. Ja, so ist dann auch. Natürlich nur ein paar Mal hier. Ja. Ja. Genau hier. Ja. 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 ja, das Spiel hat Square das merkst du sofort Thanks for playing, gerne hat echt Spaß gemacht, war zwar leider nicht lang wir hätten bestimmt noch das eine oder andere geschafft, aber ich war jetzt so what, ist schon vorbei